Oder hat's den auch erwischt? Oh, eine Truhe, die ich übersehen hätte. Habe ich per Zufall geöffnet. Okay. Massen an Leichen. Das ist natürlich... Oh ja. Diese kleinen Mistviecher. Die sind natürlich... Ähm... Okay. Diese Patrolle, die auch nicht einschlagen. Und die bewachen also Baal. Ne, Mephisto. Stimmt, Baal brauche ich später. So, dann nehme ich doch dann lieber... ...für den Notfall mal die Regenerationskugeln rein. Für den Fall der Fälle. So, ein Eingang ist das auch nicht. Aha. Wieso ist das denn schon eingeschlagen? Ich war noch gar nicht hier. Okay, der legt sich mit den Leuten da unten im Raum an. Also das sind echt mal blutige Wasserspeier. Da wird da oben einer reingeworfen. Und dann sind hier überall Zacken dran. Das zerreißt den dann komplett. Und praktisch... Das ist dann praktisch nur noch so ein... ...so eine Art Blutauslauf, wie ich das vermute. Und eben dann, damit die ganzen Reste da... ...rauskommen. Da hat einer schon eine ganz gute Vorstellungskraft, was so Teile angeht. Ich meine... Klar, man kennt das ja, die eiserne Jungfrau und so ein Kram. Was die da im Mittelalter als... ...naja, Folter im Werkzeug genommen haben. Problem ist noch, meistens sind die Leute dann... ...danach irgendwie gestorben, weil... Ich meine, wer überlebt es, wenn ungefähr 300 Metallstacheln einem irgendwo hingerammt werden? So viel zu eisernen Jungfrau und diesen komischen Rutschen. Schade, dass ich aus den ganzen Leichenhaufen da nichts rausholen kann. Das wäre nochmal was gewesen. Okay, da röchelt noch irgendwas vor sich hin in dem Raum da vorne. Wie sieht es hier eigentlich aus? Das sieht ja mal hübsch aus. Ah, ich wollte schon sagen, meine Tränke gehen mir bald aus, aber... ...das ist ja nicht so. Hier liegen noch Bolzen rum, okay. Okay, damit müsste mein Inventar auch wieder voll sein. Alles klar. Achso, das war meine Frasmo, weil ich wollte schon... ...komisch. Und jetzt schießt der Feuerbälle wie als... ...hätte er es gelernt. Und vorher kein Stück. So, hier war ich schon. Habe ich kurz in den Raum reingeguckt gehabt. Na, jetzt ist aber mein... ...ich kann nicht noch mehr tragen. Ja, ja. Jetzt ist mein Inventar voll. Guten Tag. Ist auch gut so. Dann kann ich mich mal hier ordentlich... ...wieder zusammenflicken lassen. Nein, Moment. Das war der falsche Knopf. Bisschen falsch geklickt da. In dem Moment. Ich denke, es ist klar, warum ich mir die Tränke erstmal behalte. Ich meine, ich ziehe gegen... ...einen... ...ja... ...gegen einen Teufel, würde ich fast sagen, in den Krieg. Sind das jetzt elf oder hunderttausend? Hunderttausend wäre ein bisschen viel eigentlich. So, Morgenstern, Geweih... ...und noch ein bisschen Gold. Okay. Da gibt's ein wenig Leben. In dem Teil könnte man jetzt fast schon wieder... Ach, stimmt ja. Das ist ja ein Becken. Ich wollte schon sagen, wenn das denn... ...wenn es Wände gewesen wäre, hätte ich dann... ...so ein Geheimversteckter dann vermutet. Das ist natürlich jetzt so, dass man den ganzen Kram hier nicht braucht. Oh, das ist eine Truhe. Ich bin überladen. Komm schon. Im Ernst. Hallo. Guten Tag. Uiuiui. Ich könnte noch einen Moment... ...dauern, bis ich zu Mephisto komme, so wie es aussieht. Okay, jetzt schleppe ich 13.000. Im... Oh, Level 1. Hm. Wenn's noch mehr Level gibt, dann dauert's wirklich noch einen Moment. Ja. Ja, ja, ja. Level 2. Wenn ich jetzt nicht... ...dann gleich per Zufall direkt vor Mephisto stehe... ...kann ich auch noch ein, zwei Mal hoch gehen. Das mit der Sichtweite ist teilweise ein bisschen... ...ähm... 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 ...nein. So, jetzt machen wir das mal hier ein bisschen... ...panzerhandschuhe. Oh, Panzerhandschuhe. Ich glaube, das erste Mal, dass ich die so finde. Panzerhandschuhe. Panzerhandschuhe. Nee. Eigentlich das erste Mal, dass ich die so finde. Komisch leere Ton. Ja, dafür ist die umso voller. Ich kann nicht noch mehr tragen. Nee, das geht nicht. Das stimmt schon. Bleibt ein Weilchen und hört zu. Och. Na ja, das sind genau die Handschuhe, die ich gemeint habe. Allerdings... ...dreifach gesockelt. Naja. Ist vielleicht gar nicht schlecht, dass ich den dabei habe. Dann kann... ...lädt sich auch noch was Mana auf. Dann habe ich auch keine Probleme mit... ...dem mit Mana, was mir ausgehen kann, könnte. Wo bin ich hier überhaupt? Na, dann gehe ich doch da weiter. Sieht nämlich so aus, als könnte es fast schon... Gut, dass ich hier weitergegangen bin. Kein spannender Raum, aber ein wichtiger Raum. Und in dem Fall... Ist mir jetzt auch... Ähm... ...da bist du ja endlich. Ist ich verlaufen, oder was? Oder erst mal die Freundin besucht. Pfeile... ...lächerlich. Für das Geld müsste man die eigentlich gar nicht mitmachen. Ich habe einen Schock lieber mal den, bevor er da... ...der... ...mh... 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 ...jeder Raum hat weitere Eingänge. Oder jeder Raum, aus fast jedem Raum kommt man noch einen Schritt weiter. Das ist wirklich... Das ist wirklich... ...erlebt doch noch... ...wenn es denn dann derselbe war. Eine E-El-Rune, okay. Also langer müsste mein Inventar voll sein, oder? Uh... ...Glück gehabt, dass er mich da... ...dass er mir da geholfen hat... ...mit dem Einfrieren. Okay. ...mh... 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 ...nur ein bisschen Gold fallen gelassen. Das hätte ich jetzt auch nicht gedacht, da hätte ich... ...hätte ich mehr vermutet. Hm. Okay, das scheint auch ein... Ja, ein Schlussraum. Ein Eckraum. Ich bin überladen. So, jetzt kann selbst dann... ...kein Tramp mehr rein. Hallo. Uiuiui. Entgegrüßt. Oh Mann. Wenn ich jetzt sterbe... ...wird's ärgerlich. Ich könnte natürlich jetzt versuchen... ...vorher... ...mir diese Rüstung zu kaufen. Ähm... Das ist doch ein Witz. Jetzt habe ich alle Runden doppelt. Alle Runden... Ja gut, wenn ich jetzt noch eine finde... ...kann ich eine andere Runde rausbauen. Hallo. Was ist dringendisch? Geht schon. Schade. So, ich gehe mal ein bisschen näher ran. So, ich gehe mal ein bisschen näher ran. Da bleibe, wo es... ...sein soll. Also, es kann jetzt eigentlich einen ganzen Moment... ...dauern... ...bis... ...nein, da ist es schon. 126. Tja. Das ist natürlich dann wiederum... ...ne blöde Sache. Jetzt haben wir hier nur noch... Wow. Wow, wow. Hat die echt so... ...hat das Ding echt so viel gekostet? Ich habe hier jetzt gar kein Geld mehr da. ... Ne, 114. Ich habe mich vertan. Entschuldigung. Ich habe mich... Ups. Da habe ich eine Null irgendwo im Kopf gestrichen gehabt. Stamiger Heilung plus 26. Hm. Okay. Der Blitz ist natürlich... ...Giftstärke reduziert. Das kann weg, aber das ist interessant. ...und... ...Stamina ist ja... ...Äh... ...Ausdauer. Giftstärke reduziert. Ach komm. Dann... Dann habe ich wenigstens mal einen Ansatz, dass ich die hier... ...Vielleicht bekomme ich ja dann auch... ...bessere Angebote, wer weiß. So. Falsche Rüstung. Falsche Rüstung. Und alles noch falsch. Das letzte Mal habe ich die...